Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Binding of Isaac. Wir haben gerade Cody besiegt und ich schenke mir gerade was zum trinken ein. Einen kurzen Moment. Nein, das muss jetzt sein. Mitten in der Aufnahme. Ich bin so professionell. So, Kirschsaft, Mineralwasser noch dazu. So, kleine Kirschschorle. Schön gesund und lecker. Gehen wir aber schon mal in die Mest. So, gehen wir schon mal in die nächste Ebene. So. Haha, Ball in die Fresse und er lacht hinaus. Arme Isaac. Nach unten, rechts sofort. Ja genau. Ah, der sieht angeschrieben. Ah. Ich mag das nicht. Lass das. Ich hasse das. Nein, 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 nein. Ja super, direkt in der Mitte. Alter, scheiß nicht zu viel, Larry jr. Wie viele Kinder hat er eigentlich, Larry? Schlüssel, halbes Herz, kack ihn auf ihn! Was ist der Heiligenschein? All stands up! Okay, schneller bin ich auf jeden Fall. Damage ist ein hoch, okay. Ich lebe auch eins hoch. Wir haben ja mal... Heiligenschein kenne ich gar nicht. Aber ist schon egal, mir ist schon ein Heiligenschein mit Lokis Hörnern. Ich hab ja keine Chance gegen mich. So, kaputt machen. Sauber. Nix ist eben... Äh, nicht nix eben, nix aber... Warum? Fick dich! Alter! Wieso schreck ich die jetzt immer an, wenn ich aufnehme? Die... Ich kriege Isaac nur Hundefutter zum Essen. Egal was. Das wäre kaputt. Und kaputt, 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 kaputt. 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 So, zucker Raum will ich nicht? Hallo. Dämonenbaby. Ja, die schießt es natürlich nicht ab. Ich meine, ah, wirklich ich. Diese ekligen Viecher da. So, gerade dort die Bomben. Okay, wir haben zwei Bomben. Und dann grüße ich erst mal Frau Gentner und Frau Kistner. Die beide wieder während meiner Aufnahme mir geschrieben haben. Nein, ich nenne es nicht mit dem Vornamen. War extra der Nachname, hätte ich gedacht. Okay, shoppap. Fünf Minuten lohnt sich nicht. Haha, ich kenne die Tricks schon, wie immer ich ausdrecke. So, Schlüssel. Ja, okay, jetzt kriegen wir ein paar Schlüssel. Ach Mist, die müssen treffen. Sauber. Und, okay, ein halbes Herz brauchen wir nicht. Ich kattze mich gerade am Kopf. Deswegen... Hoppa. Hopp, 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 hopp. Nöööö. Hopp, 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 hopp. Oh, da oben ist noch einer. Okay, cool. Hoppa! ich mag es ist ein bisschen langsamer aber okay ach und vorhin ist mir fällt jetzt auf dass ich vorhin die der high priest zum ersten mal richtig eingesetzt habe ja super und das macht die karte getrunken jetzt habe ich eine karte 1 2 3 sauber schon acht herzen gegen für store der gefütete wenn ich weiß was gefütete bedeutet oder füsten ist soll lieber nachschauen ich erklärt es nicht oder fragt eure eltern beantwortet immer solche fragen am liebsten also fragt ruhig eure eltern was füsten bedeutet und ihr werdet eine antwort bekommen und range auf auf Nein 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 Hopp Hopp Spur abwarten Juhu Hier habe ich die Kick nochmal bezeichnet Und jetzt beide hergucken Okay Speeder Sauber Verdammt Wir haben gerade den Geheimraub nicht gesucht So Kaputt Wow Zack 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 Ja küsst du ja wieso nicht Ja Speed up Und speed up maximum Der gefistete wieder Haha Ich mag solche Freefly Halo Flight Kyrosmeade ist auch immer da praktisch Ich habe es in der zweiten Stufe aber in der dritten und vierten Stufe ist ja immer noch am besten Hm Wo sollte ich die Bombe hier hin? Kommt Oder? Die ist sauber Oh Wo ist das? Ja Do Ich möchte die Bombe hier hin aber nicht, wie es sich auflädt. Wow! Au! Zauber, den Kopf abgetrennt. Wow! Ich bin grad stehen geblieben und hab in allen drei ausgewichen. Cool! Okay, nur ein Punkt. Ja, das... Naja, aber das ist wahrscheinlich sinnvoller. Ist hier die geheimen? Nein! Wieso liegen hier so viele Herzen um? Hoppa! Stopp was? Na, zu spät. Oh, die Batterie! Mit Book of Sin könnte die Batterie gut sein. Könnte! Muss aber nicht... Jep! Ne Trollbombe! Au! Und dann zu den Abgetriebenen direkt gelaufen. Geh kaputt! Boah! Au! Du laufst die ganze Zeit in die Gegner rein! Guck! Boah! Guck! Au! Jetzt überlege ich mir wirklich. Vielleicht soll ich wirklich nicht, dass ich wirklich das Yammy am Herd nehmen? Sehen wir gleich. Das Yammy am Herd ist ja voll aufgeladen. Wie ist denn erstmal Deeps 1? Okay. Nein. Auuu. Wieso kriege ich gerade einen Damage? Das ist wieder ein Damage. Okay, wir nehmen das Yammy am Herd mit. Auuu. Alter, ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Yammy am Herd nehmen wir mit. Hopp. Dann gehen wir gleich Richtung Boss und nehmen sofort das Yammy am Herd mit. Dann nehmen wir uns erstmal hier. Schlüssel müssen wir da vergeben. Keinen Bock drauf. Hopp. Okay, beim anderen brauchen wir auch Schlüssel. Den nehmen wir gleich lieber das hier. Zack. Also, bei dem hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Hopp. Also, gut ist schon mal, dass unser Speed voll ist. Oh, ist doch knapp. Verdammt. Sauber. Okay. Ah, ich weiß zwar. Wir hätten gleich einen geheimen Raum suchen sollen. Wow. Genau deswegen solche Situation. Oh. 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 Oh, mach ich kaputt. okay dann würde ich sagen schauen wir mal winkt im geheimraum nach der ist ja nicht weit weg zum laufen genau wenn ich schon so dagegen laufe dann ist hier hier keine ahnung wo das also ich habe hier geschaut hier und hier vielleicht noch da da kann ich schon mal hier nach habe ich verarschen ja das war es nicht gerne das weiß ich aber das war gerade eine rhetorische frage das habe ich verarschen die batterie schon eine verlockung jetzt die batterie zu holen aber nee er wird sozusagen dieser ebene 1 2 3 4 5 schlüssel benutzen den geheimraum gefunden er wird uns um den geheimraum zu befinden das war wo war war weg von mir oh jetzt bist du ohne weiter was ohne sein ohne ruin was wo das war der erste apokalypse schreit ok ich würde dann sagen sieht man sich im nächsten part genau hier wieder also tschau leute